Ich höre hier irgendwelche komischen Geräusche, die gehören eigentlich nicht hierher. Sonst habe ich alles. Die Nidiake brauche ich nicht. Das da. Da rein. Plopp. Ist das, das. Ja, keine Ahnung. Eigentlich Werkzeuge sind jetzt hier keine besonders guten. Äh, Ofen. Wir könnten noch ein paar Bücherregale machen, oder? Und zack. Könnte man machen. Wenn ich wüsste, wo die sind, die Sachen dafür. Holz. Kann man immer gebrauchen. Bambus musst du hier draußen fahren. Papier... Bambus? Wieso Bambus? Warum? Weil du das für Papier brauchst? Ja, aber haben wir sonst keins mehr, oder was? Keine Ahnung, ich glaube... Alex, hast du jetzt irgendwas davon mitgenommen, oder nicht? Alex! Alex! Ja? Ob du irgendwelche Sachen, die man für Bücher braucht, mitgenommen hast? Nee. Nicht? Okay. Nee, nee, gar nicht, nein. Ich weiß das doch nicht, ich frag doch nur. Nö, hab ich nicht, hab ich nicht, hab ich nicht. Okay. Weil ich würd halt gerne noch ein paar Bücherregale machen. Ich hab noch kein Texture-Pack drauf, fällt mir grad auf. Habt du eins drauf? Ach, jetzt schon. Natürlich hab ich eins drauf. Okay. Von der 142 auf die 145 hat sich nichts geändert. Aufnahmepause machen. Ähm, gleich, wenn ich kurz noch ein paar Kartoffel-Dinger hier gebaut hab. Mach das. Mach das. So. Und noch ein bisschen Weizen. So. Okay, muss reichen. Äh... Warte. Achso, da hast du Glas dran. Okay, dann kurze Aufnahmepause. Bis gleich. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Alles geregelt... Äh... Alles geregelt. Ähm... 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 Hast du trinkend einen Schluck? Direkt erstmal Stimme weg, hab ich gesagt. Ja, hab ein bisschen schnell 3 zu 1 gesagt. Das kam überraschend, glaub ich. Oder? Für mich, nö. Echt nicht? Nö, eigentlich nicht. Egal, wie auch immer. Wir waren noch mit einem Gespräch. Auf jeden Fall hab ich da einfach mal zwischen gejudelt. Ja, also der Alex will sich jetzt hier erstmal abschotten, weil er Angst hat, dass wir ihn töten. Nein, will ich nicht. Doch, willst du. Du willst dich abschotten und willst dein eigenes... Ja. Deine eigene Konkurrenzbasis bauen und willst uns dann irgendwann angreifen oder so, nehm ich an. Ja, hab ich auch gehört. Äh... Kannst du dann 20 Parts lang halt alleine spielen, dann spielen wir zu zweit weiter. Nein! Und der Alex ist dann auch in einem anderen Channel, weil, äh... Äh, wir ja nicht wissen dürfen, wer da mit sich selber redet, äh, was er so plant. Nein! Ach nicht? Okay, da hab ich das wohl irgendwie falsch verstanden. Ich sag einfach gar nichts. Ja, dann kannst du auch gleich aus dem TS gehen. Ja, ich rede aber mit euch. Ach echt? Ich dachte, du sagst gar nichts. Ja, wenn ihr von mir irgendwas wollt, dann sag ich ja was. Aha. Muss mal kurz Kisten machen. Wo kommen Trankzutaten hin? Trankzutaten... Oben oder hier? Kannst du mir gleich geben. Oben. Okay, warte. Kannst du mir gleich geben. Weißt du, das... Haben wir kein Holz mehr? Ne, warte. Wir haben aber Kisten. Zehn Holz hab ich noch. Und 32. Ah, jetzt regnet's hier. Toll. Fast wie in echt. Ja. Hat's bei euch eigentlich schon geschneit? Also... Bei mir ja. Ja... Bei euch weiß ich. Heute an Nikolaus, ne? Ja. Hat's schon geschneit. Ne, Nikolaus hat's bei mir noch nicht geschneit. So weit ich weiß. Bei mir ist alles dunkel draußen. Ich seh das eh nicht. Marc, hast du alle Potions automatisch schon zu Werf-Potions gemacht? Oder sind das jetzt unter Umständen auch noch Trink-Potions? Äh, die Stärke-Potions sind Trink-Potions. Der Rest ist Werf. Okay. Ich überleg hier oben mal ein bisschen umzubauen. Ich geh jetzt mal ein bisschen farmen, weil bei dem... LOL, leckt das. Okay, jetzt geht's wieder. Weil bei dem Wetter hab ich jetzt echt keine Lust an der Oberfläche zu bleiben. Pack ich das... Kisten pack ich am besten hier drauf. Ne. Äh, doch, pack ich hier. Vorerst. Kisten. Mark, ist das nicht eigentlich unlogisch, dass man mit, ähm, mit Eisen Eisen abbauen kann? Oder mit Holzstein. Ist doch total logisch. Weißt du, weil eigentlich müsste das ja quasi gleich stark sein, ne? Das ist Minecraft, was erwartest du? Oh, jetzt bin ich hier da, wo unsere Mine eigentlich anfängt, cool. Warzen, 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 überall warzen. Äh, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, äh, genau wie das hier. Ah ja, und du sagtest gerade was? So, wo hab ich dann das Holz jetzt her? Hast du mir Holz gegeben? Ja, natürlich hab ich dir Holz gegeben. 10 von den einen und 32 von den anderen. Von so helleren. Ja, ich merk's grad. So, hier kommt dann noch Kessel hin. Oh, oh, nur ein Creeper, ja dann. Alles super. Ja, auch nur ein Creeper. Gunpowder. Hier ist locker irgendwo ein Spawner in der Höhle oder so. Unten kommt ein Material. Ich hörte voll laut. Gutes Material, schlechtes Material. Lol, unter mir ist ein Spinnenspawner. Wo läufst du denn hin? Wie, wo läufst du denn hin? Wie, wo läufst du hin? Bestärkung und... Hast du denn hingelaufen? Ja, unterirdisch, ne? Ah, ja. Da, wo man lang geht, wenn man coole Sachen sucht. Coole? Ja, wie zum Beispiel Diamanten. Ah ne, ich pack das hier noch so. Nein, noch nicht, aber ich suche sie. Blazerots. Das ist schön. Die kriegst du nicht für dein geiles Haus. Die kriegst du nicht für dein geiles Haus. Rechts hin. So. Ich würde gerne mal interessieren, wo du denn bist. Ja, ich bin hier einfach unter. Unseren normalen Eingang ist dann runter. So. Ah, ja. Ist echt so. Hier rein. Jetzt zwei, drei Schilder bräuchte ich. Schnell mal ausleuchten. Ne, zwei Schilder. Was rede ich denn? So. So, zwei Schilder. Jetzt haben wir Kakaobohnen. Jetzt haben wir ein Brot. Jetzt haben wir zwei Eisen. Drei Strings und einen Eimer. Material. Oh ja, super. Ein Spawner, der zu einer Seite offen ist. Ja. Das ist ja grandios. So, jetzt hole ich mal Wasser. Aber bevor ich hier nachher nur Tränke hole, machen wir auch noch was anderes. Ein bisschen die Welt erkunden vielleicht oder so. Ja, okay. Ich komm doch lieber durch. Ich fühle mich so einsam sonst. Ja. Wieso findest du etwa keine Sachen? Keine guten? Nicht ohne Wasser. Ja, ja. Ja, wir können nicht. Ja, wir können nicht. die hier die Auswanderer alle wieder aufgeben. Komm mal wieder zurück. Die Auswanderer? Ja. Können wir grad im Snuck überleben. Ja. Alleine. Ohne euch. Ich kann nämlich grad zu euch wieder zurück. Warten, oder? Ja. Ist halt doof, wenn man von zu Hause wegrennt, ne? Mhm. So, ganz alleine, ne? Ja, ist schon doof. Ja. Eins, zwei. Ne, ich nehm die von unten weg. Dann brauch ich das nicht so stark sortieren. Oh fuck, das war voll erzeugt. Drei, drei. Äh, was genau machst du eigentlich grade? Du redest die ganze Zeit, aber man weiß irgendwie nicht worüber. Äh, ich mach Tränke. Ach so, immer noch. Machen Geschwindigkeitstrank jetzt. Und dann können wir ein bisschen die Welt erkunden gehen. Jo. Haben wir noch 25 Minuten. Haben wir noch hier einiges zu tun. Boah, wir haben immer irgendwie ein Limit, weißt du? Boah, wir haben nur noch 25 Minuten, dann bin ich, äh, masturbieren. Ja, oh ja, Junge, den ganzen Abend lang. Alex, kein Sexismus. Nein, aber viele Zuschauer werden sich jetzt bestimmt fragen, was ist das? Und Masturbieren hat etwas mit Konsumieren zu tun, das ist dasselbe. Ach ja, du konsumierst das immer, oder was? Was da so dabei rauskommt? Wortwörtlich. Ja, was dabei rauskommt, ist, ähm, ähm, bei Masturbieren kommt was raus. Und zwar, äh, da kommt, äh, ein Erfolg heraus. Du meinst Achievement Unlocked, oder was? Ja, Achievement Unlocked, Junge. Wer tötet da ein Zombie? Hm? Es wird einer von euch gefolgt, oder was? Nö. Wer? Wer? Warte, ich bin auf Höhe... Eins. Warte, wo bin ich, ach, 23, wow. So. Jetzt habe ich Zucker in den Brewing Stand getan. Was hast du gemacht? Zucker in den Brewing Stand. Schön. Ja, schön. So, ich hab schonmal einen Stack Wolle, perfekt. EIN STACK Wolle. So. Wir fragen sich jetzt wo ist das Haus. Jetzt müssen wir mal NETAWATZ, äh, Zucker... Ich hab das Haus nicht mehr, nehm, zu edukompetent. Und... Tür. Ist das jetzt was Neues? Äh... Wir wissen es nicht. Ah, ich hab's schon, weil ich sehe Mark da hinten in einem Schankloch. Ja, das natürlich nur du hast, weil du... Bitte? Ja, einen sehr guten Computer hast. Schnell, ist gut. Hier nicht Zucker, sondern das. Da hinten ist der Alex. Jaja, Alex, ihr verletzt noch mehr Musik-Copyright, ne? Copyright? Ja. Das ist, äh, von mir. Hm. Ach, jetzt auch noch so wie Gutenberg hier irgendwelche... irgendwelche Credits nicht angeben, oder? Das ist von mir, das ist von mir, und das ist von mir. Ja. Ja, dann gib mal alles zurück, was du aus den Kistenstübets hast, ja? Natürlich, Herr Bunberg! Das ist uns ja natürlich... Nicht. Natürlich-türlich, Alter, man nimmt die Tasche voll, deswegen... Das ist der Alex da. Er kommt gerade ins Haus. Guck mal, ob der alles geklaut hat. Töte ihn einmal, dann guck, nein Spaß. Töte ihn nicht. Einfach mal Fresse halten, bitte. Ja, ja, ja. Das war nett gemeint. Ach ja, das finde ich aber... Bitte, dein f... Ficktes Maul halten. Also, soll ich gestehen? Alex, Kraftausdrücke unterlassen. Ja, bitte halten Sie ihr... Also, ich denke auch, dass... Also, ich denke auch, dass... Also, ich denke auch, dass... Also, ich denke auch, dass Administratoren eigentlich eine Vorbildfunktion haben. Und ich meine... Vorbildfunktion? Ja. Aber du weißt, dass du die Netawarzen auch wieder anpflanzen darfst? Äh, nein. Wusste ich nicht, dass ich das darf. Gut, dann weißt du das jetzt. Ich mach jetzt Feuer-Resistenz-Tränke. Mhm. Und danach nimmst du Drogen, ne? Wie immer. In guter Geschwindigkeit. In guter Geschwindigkeit. Geil. In die richtige Kiste danach. Wieso finde ich eigentlich immer nur Eisen? Ich will eigentlich mal Diamanten finden. Ja. Äh, die waren aber noch nicht fertig, Jod. Ich mach jetzt mal meine Trink. Warte mal kurz. Meine waren noch nicht fertig hier. Gehen wir weg. Gehen wir weg. Wie die sich da oben ja streiten, ja. Da hab ich doch hier lieber meine Ruhe unten im Berg. Los, da unten reinmachen. Oh, ich hab's rausgenommen. Oh, jetzt ist er da drin. Aua. Oh, oh. Nein. Nein. Mark. Lass es. Lass es. Mark, ich weiß nicht was du vorhast, aber bitte mach's. Oh mein Gott, er hat ne Schaufel. Er hat den Bogen. Er hat den Bogen. Den Bogen. Lass mich einfach. Oh. 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 Lass einen Pfeil im Arsch stecken. Echt jetzt? Oh ja. Nein. Es ist immer noch im Knie. Warte, ich schieße ihn dir in den Arsch. Jetzt ist es die Schulter, Mann. Ja, du kannst nicht zählen. Lass mich in Ruhe. Ja, ich wollt grad sagen, die fliegen aber nicht sehr genau. Oder du zielst nicht sehr genau. Ja, deine scheiß Tränke sind fertig. Jetzt hast du den anderen an der Schulter, das sieht lustig aus. Ich finde, Pfeile kann man maximal in einem Körper stecken haben, bis die die spawnen. Lass mich einfach. Aua. Aua, ich hab nicht mehr viel Leben hier ohne Spaß jetzt. Du siehst aber lustig aus. Juuuuh, wie lustig aus. Ja, guck's dir das doch mal an. Kann man das irgendwie weg machen? Nein. Töten. Irgendwie so? Sieht hässlich aus. Naja. Ähm. Ja. Wer mitkommen will zur Welterkundungstour, der darf jetzt mal herkommen. Ich erkunde die Welt schon unterirdisch, aber danke. Langsamkeitsschwäche. Okay, dann muss ich noch am Weg gehen. Wo ist denn Laju? Alter, ihr müsst nochmal irgendwann Diamanten sein. Auf welcher Höhe bin ich denn? 18, ja wow. Natürlich find ich keiner. Da lang oder da lang? Ich glaub ich geh mal in die Richtung. Ich muss mir aber was zu essen mitnehmen. Ich muss mir aber was zu essen mitnehmen. Alter, äh toll wo sind dann die Kartoffel?